Hey ihr Lieben, heute ist Nikolaus, Törchen Nummer 6 und in der Törchen Nummer 6 verbirgt sich was ganz Besonderes für euch. Unser neuer Film Führungswechsel, Führung abgeben ist ab sofort im Shop erhältlich. www.hunderteamschule-shop.de Dort findet ihr diesen ganz besonderen Film, ich finde, einer der besten, die es von HTS gibt, denn es war eine wirklich große Herausforderung für die Teilnehmer, Führung abzugeben und ihren Hund mal in der freien Kommunikation mit Artgenossen zu beobachten. Man ist es so gewöhnt, man kommt zur HTS und übernimmt Führung und dieses Führung abgeben war schon wirklich eine ganz besondere Sache und es sind ganz tolle Bilder entstanden, der eigene Hund oder auch die Rudel in Kommunikation mit den Hunden aus unserem Team. Ganz besondere Aufgaben, bestimmt total lehrreich und endlich eine Möglichkeit, all die Dinge, die wir von HTS erzählen und wo wir sagen, und da unten läuft es so und so, sich mal live anzuschauen. Also ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Film. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Film.